Oh mein Gott, Freunde, ich wette, diese 5 Playstation 5 Versionen kennt ihr noch nicht. Jeder von euch kennt ja wahrscheinlich die Playstation 5, aber es gibt halt auch richtig krasse Sondereditionen, von denen sogar ich in meinem Leben noch nie vorher gehört habe. Deswegen ganz wichtig, lasst schon mal ein Like da und wir starten direkt rein. Platz Nummer 5 ist einfach die vergoldete Playstation 5 im Wert von über 10.000 Euro, Junge. Also alles, was da dran Gold ist, ist echtes Gold. Und ein deutscher YouTuber hat die sogar, schreibt mir die Kommentare, wenn ihr wisst, wer. Platz Nummer 4 ist einfach die Spider-Man Playstation 5 und die sieht so geil aus, und ihr seht es im Hintergrund mit diesem Spinnensymbol in der Mitte, was aber so 3D-mäßig rausguckt. Platz Nummer 4 ist die Ghost of Toshimi Version oder Toshima Version. Auf Platz Nummer 2 ist die PS5 und die hat extra so ein richtiges 3D-Design bekommen. Ihr seht schon die Seite, das ist nicht graviert, sondern es steht wirklich so raus. Denn, Freunde, auf Platz Nummer 1, ihr seht es im Hintergrund, es sieht nicht mehr aus wie eine Playstation 5. Was ist das? Und, Freunde, ich sage euch ehrlich, also wenn es dafür jetzt hier kein Abo gibt, dann bin ich echt enttäuscht, Freunde. Lasst ein Abo da, liked das Video und schreibt in die Kommentare, welche PS5 fandet ihr am coolsten. Let's go.